Lutscht das jetzt gut. 2 auf 1 Konter. Paul. Peter Paul. 5 zu 1. Und dann kontern sie sich einfach eiskalt aus. Erstes Saisontor, erstes Tor für den neuen Arbeitgeber. Peter Paul. Und das geht. Ruckzug durch die neutrale Zone. Düsseldorf weit aufgerückt. Dann wird es wieder ein 2 auf 1. Und dann beweisen sie wieder diese Übersicht. Die Nürnberger. Die hat ihnen im ersten Rittel noch gefehlt. Jetzt funktioniert es richtig gut. Markus Weber mit dem Querpass. Paul mit dem Abschluss.